Der Emden-TV-Adventskalender präsentiert von der Sparkasse Emden. Heute mit Christine Schmidt und Mathis Reinders. Der Emden-TV-Adventskalender präsentiert von der Sparkasse Emden. 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 Das war Day-Wienachts-Blues, vorgestellt von Christine Schmidt und Mathis Reinders. Das war der Emden-TV-Adventskalender. Heute denken Sie dran, unsere Aktion aus Emden für Emder Kinder läuft weiter. Spenden können Sie über das Spendenportal der Sparkasse Emden. Schönen Tag wünsche ich. Bis morgen. Musik 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 Musik